Du warst eben noch nicht bereit, ja? Jetzt mach mal einen entspannten, ewig nicht bereit sein und dann so, machst du jetzt mal los? Ich hab grad ready gedrückt. Kann mir jetzt mal jemand sagen, was ich noch essen könnte? Gulasch. Gulasch ist echt immer eine gute Option und wir hätten mehr Schwung geben sollen. Verdammt. Pizza. Wir müssen alle hängen. Scheiße. Ah, jetzt läuft's doch meine Lampe. Ehe, Scheiß hatte ich jetzt nicht vor zu essen, ey. Pizza. Oh, man soll aber auch nicht zu viel Schwung geben. Spinnerpizza. Das ist ja eine fiese Map. Nein! Die ist ja voll gemein. Auch dieser richtig fies, ja. Ich bin zu dumm. Ach, wir werden ewig brauchen. Nein! Gurken machen es so gut wie keinen Abfall und keinen Müll, aber Gurken haben auch so gut wie keinen Nährwert. Ich hab's nur mit vier Schlägen geschafft. Ach so, so witzig, das macht natürlich keinen Sinn. Ich bin beim fünften drin, glaub ich dann. Weil ich nicht mittig lag. Also, das ist immer noch kein Problem, warum man sich bremscheln soll. Ich könnte ja nicht deine Liegestütz-Challenge übernehmen, ey. Mach mal! Aber nicht mit Paar, dafür bin ich zu schlecht. Liegestütz-Challenge? Ein Liegestütze? Ich hab meine Liegestütz-Challenge gemacht, dass ich für jeden Punkt über Paar eine Liegestütz mache danach. Lui, das war gut. Lui, das war gut. Und der... Die Ärmstütze sind noch nicht gebrauchen? Ich hab's... Ich hab die Liegestütze nicht durchgezogen, wo ich mal 70 über Paar war. Da hab ich geskippt, tatsächlich. Aber so... Ist so 30 über Paar, ist das okay? Ich mach Liegestütze im Abstand zum... Zum Besten. Wer hat denn hier Feuerwerk jetzt? Ist das Lui? Bist du das? Mhm. Und der Keks hat ja auch irgendwelche komischen... Zum... Zum... Abstand zum Besten? Ich war gerade unter Paar der letzten Runde, ja? Naja, so gsamt. Also so am Ende der... Der... Der gesamten Runde mach ich so viele Liegestütze, wie ich Löcher Abstand hab zum Besten. Und auf der Inception-Map wär Paar für dich besser gewesen als der Abstand zu mir. Ja, auf der Inception-Map. Aber vielleicht streng ich mich dann nichts mehr an. Wir sind wieder auf gleichem Kurs. Und dann? Ähm... Ist das ein Hole-in-One-Ding? Ähm... Ich glaub, das könntest du Hole-in-One machen, wenn das Ding in der Mitte trifft, das Ziel. Und das generell... In der Tat kann man. Du musst das Ding in der Mitte nicht treffen. Äh, du rollst so oder so dort relativ Hole-in-One rein, oder? Wenn man gerade runterrollen würde. Und weltweit abstandig. Das ist noch durchaus machbar. Ich mach das jetzt. Das ist Abstand zum ersten oder Abstand zum nächsten? Ja, ich hab ins erste Loch getroffen. Dürr, die Mole-in-One. Geil! Abstand zum ersten, aber mit der Freiheit Pause zu machen zwischen 20 Stück. Du kannst auch was anderes machen und keinen Liegestütz machen. Liegestütze liegt dir ja nicht. Bitte was? Okay, warte mal. Nein, mach ich 15 von allen mir bekannten Übungen. 15 von allen? Was? Leg ich erstmal auf eine Übung fest für die erste Runde. Nein, ich mache den Abstand, also die Wiederholungen sind der Abstand zum Besten. Und wenn es mehr als 15 sind, wechsle ich die Übung. So. Ah, okay. Verstehst du? Aha, jetzt wird die auch schon beschissen. Nee. Nicht 100 Liegestütze mache, sondern 15 Liegestütze, 15. Sie ist noch am Vertrag aushandeln. Oh fuck. Gibt's hier aber nicht. Jetzt freut ich gern Kollision damit Felix mich reinschubst. Sie ist ja eh nicht. Die Cam ist ja, die werde ich nicht so einstellen, dass man das eh dann bewundern darf. Irgendwie hat auch ganz viel Glück gehabt. So. Aber bei mir fordern ja, dass ich die Cam so einstelle. Du bist zwar können. Ja, weil du bist sexy dabei. Bei mir wäre es einfach nur so, öh. Lexy? Sexy. Aha. Sexy. 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 Wie komme ich denn jetzt am dümmsten darüber? Dümmsten? Was darüber? Wählen? Hui. Was wählen? Was wählen? Spielen. Achso. Wählen wäre auch eine Option gewesen. Wählen. Nein. Das gibt es doch nicht, ey. So eine Scheiße. Oh, ich habe Dogi gemacht. Fuck. Dogi? Dogi Style. Das ist Chris nicht mehr da ist. Ich habe es schon gesagt für ihn. Den gibt es mir Dogi? Wie wäre es? Chris hätte es gern Dogi wahrscheinlich, ja. Ach, ich bin heute jetzt, oder ne, doch nicht so zärtlich. Hat gerade noch gereicht. Fahrt noch zu, ey. Gerade habe ich eh nur vier Abstand, also doch sieht es gut aus. Mh. Mh. Mach ich gerade essen mal, sorry. Ich bin hinter dir. Ja, hinter Killer Keks. Ui. Also noch lackern. Uff. Was? Jetzt soll ich den Abstand zum letzten machen. Nicht so weit das Spiel. Wenn sie links ist. Also jetzt. Killer Keks ist vor uns. Das geht gar nicht. Lumi holt auch auf. Ja, ich habe mitgekriegt, dass die Leuchtkraft meine Glühmer sich meine Geschwindigkeit anpasst, dass die mehr leuchtet, wenn ich schneller werde. Moment. Müssen wir nicht. In der Mitte durch? Wir können doch rechts vorbei, ne? Rechts vorbei geht auch. Fuck. Mistlick. Nein. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Ich habe gerade den übelsten Mistlick gemacht. Ach so, in der Mitte kannst du das hole in one schaffen. Ja. Da musst du aber just wirklich in time sein. Ja, war nicht in time. Nein. Tschüss. Tschüss. Scheiße. Ich ist Idiote. Later. Verdammt. Das ist traurig. Aber wenigstens braucht ihr länger als ich. Aber ich habe auch nur drei, also. AAAAAAAA. Ach jetzt komm. Ach danke. Okay. Ja. Fast. Also wir sind alle echt nah beieinander noch bei der Map gerade. Aber ist sie gar nicht so schwer. Ja, aber ganz so leicht ist sie auch nicht. Also nicht komplett easy. 28. Wir sind alle noch nah beieinander. Alter. Was macht mein Ball denn da? Ist ja frech. Boah. Ich habe das Feuerwerk übrigens. Du hast so ein weißes Rutzelding. Oder ist das Feuerwerk was dann blau explodiert? Dachte ich. Bunt oder hab ich eigentlich? Grazu, ey. Grazu. Das hätte ich auch in Paar machen können. Ja, der Killer Keks hat es drauf hier. Aber Tmiya, was willst du mit einem Satz, was keinen Nährwert hat? Ist ja voll doof. Dann wird der ja nicht satt davon. Boah, die Wand ist mies. Wie kann ich mich hier umgucken? V. V. Was da vorne sich was dreht irritiert mich. Hm. Oh, da habe ich mich grad gesaved, dass sich das Ding dreht. Sonst wäre ich sonst wohin geflogen wieder. Ach ne, das ist eh eine Wand. Okay, du kannst nicht zurück. F. Pau. Echt jetzt? Ja. Ja, das ist lila Feuerwerk jetzt von mir. Ach, das ist wirklich lila Feuerwerk von dir. Boah, ich will raus. Ah, der schießt erst so weiße Sachen ab und die explodiert dann Holli da. Ah, jetzt sie ist. Nice. Bin voll rausgekickt worden. Ach Mist, ey. Nomi auch. Das Ding mag mich nicht. Was? Warum? Warum? Warum über die Ecke? Weil es einfacher ist, auf jeden Fall. Weil es tatsächlich ging vorher. Weil es tatsächlich ging vorher. Ich habe es wirklich über die Rundung dort vorne gemacht. Ich habe auch von Start bis Fast und Ziel geschossen. Was kommst denn du her? Aus Dresden. Aus Saxon. Echt? Also ich habe nie ohne Grund DD hinterm Namen stehen. Mhm. Aber du hast einen anderen Dialekt? Was? Eigentlich den gleichen Dialekt wie ich, nur ich bin nicht so ein typischer Dresden-Dialekt-Typi. Der erinnert mich aber an irgendjemanden. Du, ich sag mal so, ich kann nur Rücksack quatschen, das ist auch kein Problem. Ja, das wäre sächsisch. Aber Killer Keks klingt jetzt echt im normalen Sprachgebrauch, nicht so wie ich. Zum Beispiel. Wenn er redet, du klingst fast eher Richtung Badisch, ne? Nö. Nö. Was war denn das? Scheiße, Badisch war ich abgelenkt. Das Dresdner Sächsisch ist nicht das typische Sächsisch. Viele verbinden hier das Leipziger Sächsisch mit dem typischen Sächsisch. Warum das Leipziger? Die Leipziger sind nicht so schlimm. Eben. Ja. Nein. 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 Vogtländer und Erzgebirgskreise ist schlimmer. Erzgebirgskreise? Nein, wir ficken wenn überhaupt dann schon, ne? Oh, jetzt muss ich wieder timen. Oh, komm schon. Du musst time und Glück haben. Ja, geil. Ich wollte jetzt was abfälliges sagen, Lumi. Ich hab's gelassen. Sehr gut. Ich hab schon wieder Pech. Wieso musst du timen? Hast du volle Bude am Anfang? Ne. Aber du musst trotzdem bei dem Drehding das bisschen timen. Ach so, ne. Ich bin einfach rein. Dann hast du Glück gehabt. Das rohe, das rohe am Anfang, das dreht sich. Oh Gott. Ja. Du musst das timen und Glück haben. Ich hab gleich losgelegt. Ja. Und ich hab mir das angeguckt und dachte mir so, äh. Das klingt echt wie nach sechsig bei dir. Ne, gar nicht. Bitte was? Nein. Echt nicht? Ihr doof seid. Na eben. Und das macht dich schon überhaupt nicht. Wo kommen denn deine Eltern her? Alter, wir sind Gebürtchen Dresdner. Alle. Alle. Ach Quatsch. Ich glaub ich muss den Keks wieder ein bisschen leiser machen. Ach Quatsch. Welcher Stadt, welcher Stadt da, äh. In Leubene. Was? In Leubene. 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 Jetzt wird hier Ahnenforschung betrieben, weil das kann ja nicht sein, dass du Dresdner bist. Hallo. Das klingt so so anders. Das klingt echt anders. Ich muss dagegen fliegen, oder? Ja. Ich muss dagegen fliegen. Ach so. Ich hab extra gewartet, bis das Ding weg ist. Ich werde noch Wölfe. In Leubene. Ja, aber in anderen so gar nicht. Badisch ist gar nicht so weit weg vom Dresdner Sächsisch. Immer noch. Ernsthaft nicht, aber wie kommt denn das? Das, wo sich am meisten unterscheidet, ist das aus dem SNSZ im Badischen wird. Das machen die Dresdner nicht. Das Ding an der Sache ist, dass mich je nachdem, was er sagt. Nicht bei jedem Wort, aber bei manchen Wörtern triggert er meinen Dialekt. Und das kommt eigentlich nur vor, wenn ich mit einem Badischen rede. Ich darf nicht so stark schicken. Ja, ich bin auch zu weit. Ja, ich bin zu schwach darfst du auch nicht. Schrecke irgendwie. Das klingt komisch, aber bei Minikoff braucht man ein Gefühl. Alter. Wie beim Sex. Uff. Okay, also eindeutig. Kann ich mal mit deiner Freundin reden? Irgendwann stimmt doch dann. Ja, irgendwie. Vielleicht müssen wir mal mit ihr reden. Sie müssen öfter ranlassen. Lumi will mal gerne mit dir reden. Mh. 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 Sie hat mh gesagt, aber mehr habe ich ohnehin verstanden. Lekt mich am Arsch. Du kannst ja auch schöne Grüße von mir ausrichten, du brauchst mehr Sex. Lumi. Uff. Sie müssen dafür sorgen. Uff. Schade. Rüfff der Alter. Ich brauch mehr Sex macht Lumi. Oh Leute, das macht mich fertig, man. Das ist einfach mal Rüfff der Alter. Aber sag ihr auch, dass ich ihn dir auf keinen Fall geben möchte. Lumi will mir Sex auf keinen Fall geben. Das wird nicht besser, wenn das weitergehalten wird. Alter, Leute. Dann wird doch so nicht besser. Ich wollte ja nur andeuten, dass ich kein, dass ich nicht versuche, ihr den Kerl auszustellen. Ja, aber das zu erwähnen, macht es doch nicht besser. Ach, wieso denn? Sonst macht es doch nur schlechter. Lumi, stell dir einfach vor, dass dir das jetzt eine andere Frau sagen würde zu Lumi. Ey, warum habe ich jetzt 20 Schläge gebraucht? Ich will nur offene Beziehung, mir ist das doch scheißegal. Keine Ahnung, weil du oft geschlagen hast? Oh, was ist das denn? Das ist ja eine komplette ANG, was soll das denn? Jo, ich bin ja schon auf der anderen Seite und Lumi auch. Achso. Nur der Kekse wieder Glück. Na toll. Kann man da nicht einfach drüber pülzen irgendwie? Kannst ja versuchen. Hat nicht funktioniert bei mir. Nein, kann man nicht. Zumindest nicht so, wie ich das gemacht habe. Yay. Wer hat hier dieses bescheuerte Feuerwerk? Das ist ja... Toller Abfuck. Ach man, diese blöde Ecken, die machen mich völlig kirre. Völlig kirre? Nein. Doch. Ich stepp. Ja. Ja. Ich kann ja schon drüber. Aber ob das so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Alter, what the fuck. Oh, das ist eine interessante Abkürzung. Cool. Oh Gott. Hat mir grad schön gemütlich zugeguckt, wie ich am fail bin. Ich hab nen Looping nur so zu 10% mitgenommen und einfach durch die Mitte. Ey, jetzt feier dich halt. Eben. Ey, lad mich aber gerne feiern. Jetzt lad mich doch mal. Mensch. Ich bin weit genug hinten. Oh, ich hab ihn auch nur kurz gemacht. Jetzt sind sie wieder die Supporter. Juhuhuhu. Bin ich gar nicht. Ja. Wie war das? Bist du Main Support? Ja, ich bin auch Main Support. Ja, hallo. Ich muss mich auch mal feiern lassen. Die Supporter lassen sich immer feiern. Stimmt gar nicht. Die Supporter haben so viele in so wenig Situationen. Sie wollen immer gefeiert werden. Was ist das hier? Lumi, du bist Fumir. Wie kann das sein? Du bist Kacke. Trotzdem 13 Abstand zum Besten. Wow. What? Was ist denn das für ne Linie da? Also für ne, für ne, für ein blaues Ding. Cheater. Du, du kleiner, brecklicher Cheater. Easy. Du kleiner Cheater. Geh dich verbuddeln. Schöner All in One reingeklumpelt. Geh dich einfach verbuddeln. Nein, Fifi. Aber das geht trotzdem noch. Echt jetzt? Ja, das ist das Ziel. Wie hast du das in All in One geschafft? Weil es ein Cheater ist. Einmal gerade mit Full Gas drauf. Ja, hab ich auch gemacht. Mit Full Gas. Und ich bin nach Meppen Süd geflogen, Alter. Okay, das war warte. Vielleicht hab ich nicht so viel Vollgas genommen wie du. Weil das ist mein Vollgas nicht so wie deins. Na toll. Ach, du hast wirklich, äh, hast du wirklich das Loch getroffen oder hast du, bist du rein? Och, fick dich doch, Spiel. Ja, wenchen trifft bei jemanden. Ich hab das Loch getroffen. Hast du das Loch getroffen? Ich bin gerade durch, über die Hinnisse gehüpft und dann hinten ins Loch rein. Also gehüpft. Also, nee, wirklich geflogen. Nee, gehüpft. Bin mir einfach aufgekommen. Wie schön das Gras hier raschelt. Ja. Oh, oh, was ist das denn? Oh, nee. Ich bin auch nach unten gekommen. Oh, nee. Oh, what? Too much. Ich bin dann wieder hoch. Ach, Gott. Nee, ich bin am Anfang. What the fuck? Du hast es verdient. Was? Nein, ich bin auch rausgehüpft. Du hast es einfach verdient. Warum? Naja, weil du ja schon so weit von den Punkten vorne bist. Ist er gar nicht. Ich war gerade letzter. Ben ist vorne. Ich bin letzter. Ben ist, ey, leck mich. Aber ich hol mir gerade Strikes, alles gut. Nein, ich leck dich nicht. So homo bin ich nicht. Was geht denn? Jetzt ist Lumi letzter. Lumi ist die ganze Zeit letzter, oder? Die ganze Zeit letzter. Nee, Felix hat er mich zwischenzeitlich überholt. Ich war bis gerade noch letzter. Nein, warst du nicht noch bei der Map, wo ich 20 war. Bei der Map. Wenn, ihr streitet euch aber auch um so'n Quatsch. Ja, bei der Map, aber. Wir streitet euch gerade darum, wer letzter ist. Der Elf. Loch Elf. Loch Elf. Loch Elf. Ich letzter. Ja, da hab ich nicht geguckt. Es geht doch nicht nur um die einzelnen Löcher, sondern es... Och, komm schon. Das ist das gesamte Ergebnis. Was machst du denn, ey? Ey, du hast dich gerade darum gestritten, wer letzter ist, ja? Ne? Hör auf, man. Wie, das geht nicht um die einzelnen Löcher. Wenn du das falsche Loch nimmst, dann ist auch scheiße. Ja, im Arsch ist im Arsch, ne? Aber im Arsch ist es meist geiler. Ich hab da keine Erfahrung, ich kann da nicht mitreden. Und ich will auch kochen da haben, glaub ich. Hast du Kacke an der Spitze, warst du in der falschen Ritze. Das ist ein bisschen random, kann das sein? Moment mal. Kann man die ne Abkürzung nehmen? Ja, ich wollte dich, ich guck auch grad. Kann man safe ne Abkürzung nehmen? Oh, das war zu kräftig. Wo ist das Loch? Das kann man safe hole in one machen mit ne Abkürzung. Nein! Fuck! Da ist das Loch. Nimm zwei! Easy! Das geht in hole in one. Komplett entspannt. Nein! Also in der Gegenrichtung klappt es schon mal überhaupt nie. Okay, Kekse habe ich es nicht gemacht. Ich bin direkt über das Ding drüber. Bin noch weiter links. Noch weiter links. Aber so geht es wahrscheinlich auch. Voll vorbei. Bin direkt vorm Start ins Ziel. Vorm Start ins Ziel? Vorm Start ins Ziel. Mensch! Was soll denn das Maus? Ja, ich hab's auch überlegt. Was soll denn das Maus? Frag mal Felix, der hat ne Katze zu Hause. Vielleicht kann die da helfen. Lumi hier rumrollen. Ich find auch toll, dass Lumi die ganze Zeit davor liegen bleibt. Vor vorn eins weiter oben. Schadenfreude ist schön. Es sind auch wieder zwölf Schläge. What the hell? Drückst du irgendwie zwischendurch F oder sowas? Killer Keks, du gefällst mir auf jeden Fall. Ich mein' nicht dich Lumi diesmal. Ich mein' meinen Killer. Was? Wenn fünf Leute mit Emma reden, versteh' ich? Null! Drückst du zwischendurch F, Killer? Nein! Okay. Er auch nicht, weil das gibt dir Strafschläge. Hey, ich weiß! Okay. Lumi, du musst auf die linke Seite, um da vorbeizukommen. Ja. So, wer wollte jetzt irgendwas noch verlieren? What the fuck? Lumi spielt eine andere Bahn. Du musst auf die linke Seite erstmal ganz leicht anspielen. Mensch. Ich sag' nur extra auf die linke Seite, ey. Da wird durchgezogen. Auf der rechten Seite geht es nicht. Ich hab' drei Schläge. Ich bin doch auf der linken. Was willst du? Nein! Du bist auf der rechten Seite, das andere rechts, das andere links, Lumi. Das andere links. Du bist auf der rechten Seite. Du bist auf der rechten Seite. Du musst auf die linke. Du musst dich auf die links positionieren, was da einfacher ist, meinte Felix. Ach so, ich soll... Ach nee. Oh, ey. Das schaffst du nicht. Das muss auch so gehen. Du bist aber viel zu schnell, wenn du so durchkommst. Dann getrifft's dich nicht. Ich bin doch scheißegal, ey. Oh Mann. Das komm' ich automatisch auf Pfiff. Nein, komm nicht weg. Was willst du jetzt von mir? Ich hab's nie verstanden. Ich hab's bloß gesagt, dein Slang gefällt mir, weil du dieselben Schlagwörter wie ich verwendest. Das ist so nicht ganz richtig. Hauptsächlich Alter. Allah. Der Punkt. Oder fuck ey. Aber Alter sag' ich nicht so oft. Wenn dann ist es eher Allah. Ich hoffe, du sagst. Aber du sagst... Nee. Aber du sagst nie. Aber Allah ist wieder banisch. Gleich sind wir bei Allah. 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 Mensch, geh doch auf die linke Seite, Lumi. Boah. Ey. Lass mal ihn saufen, Allah. Ja, logisch. Morgen. Ich hab Zeit. Ja, logisch. Morgen. Zehn. Zehn Uhr. Zehn Uhr das Morgenbier. Geil. Schön in elf Stunden. Los geht's. Felix hat schon angefangen. Er hat schon drei Bier dabei. Ich bin schon beim vierten. Was? Zur Post kann es auch besoffen gehen. Ich muss mein Handy losschicken. Zur Post kann es auch besoffen gehen. Hast du Handy losschicken? Ich hab mein Handy verkauft. Das ist wenigstens ab. Ich wart immer noch auf Mainz, dass ich bei eBay ersteigert hab. Echt jetzt? Das wird wohl nix mehr Lumi, muss ich mal so sagen mit deinem Handy. Ich hab heute bei der Polizei Anzeige erstattet. Ich hab heute bei der Polizei Anzeige erstattet. Hast du bei, hast du mit PayPal for Friends überwiesen? Ne, ich hab kein PayPal. Nein, ich hab einfach mit Überweisung überwiesen. Achso. Naja, dann ist es richtig. Jetzt komm schon. Das wär auch bei PayPal richtig. Nur weil du das Geld zurückkriegst, ist ja trotzdem Betrug. Ja, bei PayPal for Friends hast du keinen Versicherungsschutz drin. Achso. Was auch bei einer normalen Überweisung kein Versicherungsschutz ist. Lumi, wärst du mir nicht ganz komplett draufknüppelst. Hast du nicht? Nee, deswegen wie gesagt, hab ich jetzt ne Anzeige bei der Polizei erstattet. Ist ja richtig. Ich hab das Handy gestern um 8 Uhr bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Da krieg ich 22.50 Uhr in ne Nachricht. Hier, ich würde dir 110 Euro geben. Wird es auch gleich abholen. Jetzt. Kann aber ein bisschen dauern. Ich komm aus Bautzen. Sprich, da wolltest du so wie 1 Uhr abholen, oder was? Ja, so halb 1. Da empfehle ich dir aber Reddit mit, ähm, was letzte Preis? Warte mal. Da hat immer letztens... Ja, ich weiß. Da gibt's ja Videos. Ja, da hat immer letztens was richtig nices geschrieben. Nices. Ähm. Ah. So. Jetzt macht ihr mir alles nach, stimmt's? Herrlich. 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 Was ist gut hier? Oh. Ich hab nen Boogie gemacht. Wo fliegst du denn in Lumi? Da ist nicht mal mehr Map gebaut. Ich hab's ein bisschen zu gut gemeint mit dem Sprung hier. Äh, wo willst du hinspringen? Ich will da rüberspringen. Wo willst du hin drüber springen? Dann halt nett. Nein. Ich versteh nicht, wo ihr hin wolltet. Oh, ich hab eher gedrückt. Ich Idiot. Ja. Ja, die Sprungschanze hab ich auch genommen, aber ich hab trotzdem nicht verstanden, was du mitmachen wolltest. Weil du bist ja nicht gerade drauf. Du musst dich ja vorlegen, wenn du da auf die Sprungschanze willst. Ich dachte, das geht auch schief. Und das ging ja auch schief. Huie. Komm, das war ein Wortspiel. Irgendjemand muss es verstehen. Äh, nein. Ne. Sag mal nett. Schief ist Englisch und Englisch ist Modern? Ah, juh. Mief schief. Den Spruch hab ich doch irgendwie ewig nicht mehr gehört. Ja, ich glaub das letzte Mal gehört, da war ich 10 oder so. Ja, äh, Killer Keks, hab's gefunden. Was? Wir sind bei 106 und der erste ist bei, du bist bei 57, könntest du bitte mal ein paar Misses machen? Du wolltest Sport machen, ja. Das ist auch für mich Motivation. Na toll. Ach, wir reporten dann einfach, dass er cheated. Ja, wir reporten ihn, genau. Reportet. Also hier, Killer Keks, ähm. Hallo, würden Sie mir das Handy auch für 100 Euro verkaufen? Damit würden Sie etwas Gutes tun. Wieso sollte ich ein Handy, Ihnen ein Handy für 400 Euro weniger verkaufen? Ja, ich kenne das. Weil es echt für einen guten Zweck ist. Ich möchte das einer Person schenken, die es im Leben nicht immer leicht hat und sich meiner Meinung nach das Handy mehr verdient, mehr als verdient hätte als jeder andere. Bitte. Welche Person soll das bitte sein? Ich. Genau sowas habe ich eine Nachricht gekriegt, ich würde dir 90 Euro geben, wäre Versand in die Schweiz möglich. Versand in die Schweiz kostet 20 Euro oder so ein Schild? Ne, das kostet bei der Größe 14 Euro. Ja, das ist trotzdem sau teuer, Versand in die Schweiz immer. Siehste, ich habe mal ein Laptop bei eBay Kleinzeigen reingesetzt und da habe ich dann auf mir eine E-Mail-Adresse Nachrichten aus Nigeria gekriegt, von wegen das Geld ist bezahlt und mit irgendwelchen FBI-Bildern, von wegen wenn das jetzt nicht sofort versand wird, dann kommen wir und deportieren dich quasi. Und ich dachte so, hm, ok, mhm, mhm. Ist genauso was der inne, da habe ich dann ein E gesagt, da schickt er mir einen Link, irgendeinen App-Link und hat dazu geschrieben, hier Outlook fürs Handy anklicken. Natürlich. Klar. Ja. Logisch. Ich klicke auch weiter links. Lumi, du solltest dringend Geometrie laufen. Fuck. Ich auch. Ich lege gegen die linke Band und hoffe, dass es nach links geht. Nach rechts geht, du Horst. Ja, aber es muss doch nach links gehen. Ja, aber da bin ich die ganze Zeit nicht rübergekommen, weil ich hier an der Kante liegen bleibe. Ja, aber dann musst du ja... Oder zu hoch kommen. Dann musst du ja viel früher nach links, also einen viel spitzeren linken Winkel einschlagen, damit das nochmal nach rechts einschlägt, damit das nach links gehen. Lumi, vertrau Felix, der kennt sich mit spitzen Sachen aus. Spitzen dünnen Dingen, ja. Ich kenne mich vor allem mit Billard aus. Was hat denn das hier mit Billard zu tun? Mit Billard zu tun? Mit Taschenbildern sieht es halt richtig gut aus. Bei Billard musst du halt auch über Banden spielen können. Ach, Mann. Okay, wenn du da perfekt durchfliegst, kannst du das whole-in-one machen. Lumi geht auf jeden Fall drüber. Wie alles, Ben. Lumi ist aber gut gelandet, ne? Ding. Scheiße. Nö. Das ist traurig. Lumi bleibt perfekt liegen. Das ist ja jetzt ein trauriges Ding, ey. Nein. Rollkugel, roll. Fängt mal ganz schön schnell ganz weit. Blödes Ding. Roll. Scheiße. Scheiße. Nein, Ben, Ben, fahr noch mal eine Runde. Nee, nee, lass mal. Fünf mal drüber. Nee, nee, lass mal. Was? Ein Double Bug ist doch schon übis Kacke. Was hast du denn Bug gemacht? Ein von 30, 55. Nein. Das ist hier gespannt. Das heißt, du machst vier Übungen, wovon drei 15 sind. 15 Wiederholungen. Wovon drei 15 sind? 15 Wiederholungen. Du mir hättest schon verstanden. Oh, was ist die Rechnung? Das ist mit so weit Rechnung. Bin gespannt. Drei mal fünf, also 15 Liegestütze. Mal drei. Hast du nicht letztens gesagt, du schaffst zwei Liegestütze schon nicht? Ich mach Knie-Liegestütze. Was sind das für Geräusche? Aber trotzdem mit geraden Popo und Spannung im Bauch. Ich bin mit Zipp fünfmal über das scheiß Loch gesprungen. Ich lieg genau da oben. Also 15 Liegestünde, 15 Frunches. Was, 15 Liegestunden? 15 Liegestütze. 15... Liegestütze kann man da mitmachen? Also ich lieg auch mal. Also ich bin ja Main schlafen, da mach ich auch mit. Und dann machen wir nochmal acht Liegestütze. Bei der Lumi kann man halt mitschlafen. Meine Schwester, übrigens sieht das bei uns, glaube ich, in der Familie. Kann man ja mitschlafen, vor allem wie zum Henker, meinst du das? Du hast Liegestütze gesagt, ja? Liegestütze, genau. Da kann man mitschlafen. You heard of Mark, Viking. Mach ich die jetzt gleich? Logisch machst du die jetzt gleich.